Einen schönen guten Dienstag und damit herzlich willkommen zum aktuellen PQ Primetime Charge Check, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. Wir reagieren auf die Ad-Hoc-Mitteilung, die gestern Abend nach Börsenschluss über die Ticker lief und nehmen uns heute dem Anlass entsprechend BASF zur Brust. Ich fasse mal kurz zusammen. Nach einem schwachen zweiten Quartal haben die Ludwigshafener den Ausblick für das Jahr 2019 drastisch gesenkt. Gerechnet wird mit einem Ergebniseinbruch von bis zu 30 Prozent und für die Aktie ging es damit deutlich nach unten und das schauen wir uns jetzt im Detail an. Schlusskurs gestern 62,59, Eröffnung heute 59 Euro. Das bedeutet, wir haben hier ein sattes Abwärts-Gap, das die Kurse nicht nur unter die 60er-Marke zurückgeworfen hat, sondern auch direkt die Halterlinie bei 58,41, das ist das bisherige Jahrestief, das am 31. Mai markiert wurde, auf die Probe stellt. Wir haben also Jahrestief-Alarm und das ist deswegen so kritisch, weil sich nach dem jüngsten Kursverlauf eine inverse Flagge einzeichnen lässt und zwar streng genommen schon die zweite innerhalb eines Jahres. Das will heißen, sollte der Kursrutsch heute nicht direkt wieder aufgekauft werden, wonach es im Augenblick ehrlicherweise auch nicht aussieht, hätten wir es mit einer bearischen Auflösung der besagten inversen Flagge zu tun und das könnte tatsächlich einen Rückgang über das 2018er-Tief hinweg bis in den Bereich um 50-48 Euro nach sich ziehen, womit wir über ein Kursniveau reden, das wir zuletzt vor sechs, sieben Jahren gesehen haben. Eigentlich könnte das Video an dieser Stelle auch schon zu Ende sein, aber wir wollen der Fairness halber wenigstens noch einen kurzen Blick auf die Oberseite werfen. Um das angeschlagene Chartbild nun wieder etwas aufzuhellen, müsste zunächst ein Gap Close folgen, anschließend wäre der Sprung über das bisherige Juli-Top bei 65,36 und ein Satz über den GD 200 bei 66,16 erforderlich, um sich mindestens bis an die untere Kante der Kurslücke vom 6. Mai bei 69 Euro heranzurobben. Nicht unmöglich, aber auch echt ambitioniert. Wir bleiben jedenfalls dran und Sie hoffentlich auch. Ihnen einen schönen Dienstag. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Vielen Dank dafür, Servus und bis morgen! Vielen Dank!